Ein musikalischer Beitrag. Wir haben auch einen Gast bei uns auf dem Lohrenkopf. Das ist der Tom Schürch, der Sänger von den Jive Boys aus Biel. Ein sehr exklusives Studio dürfen wir dir anbieten. Rock'n'Roll, Rockabilly, Musik aus den 50er Jahren. Was verbindet eure jungen Gewielen mit dieser Richtung der Musik? Ja, wie soll ich sagen, es ist in Berührung mit dieser Musik, wie ich eigentlich auch durch die Medien, durch das Fotoagum von den Eltern. Und als ich zuerst mal die Musik gehört habe, der ganze Charakter ist schlüpfig, Aufstellung, ist fröhlich eigentlich. Der ganze Charakter von Rock'n'Roll. Und das braucht man eigentlich in der heutigen Zeit schon. Gibt es Vorbilder von ihr? Vorbilder schon, ja. Also, mein persönlich ist Louis Prima, Man Hatten Transfer. Wobei auch von den neuen Interpreten wir uns inspirieren, so wie Billy Idol oder Terrence Train Darby. Das geht überall aus. Du bist der Sänger, es gibt noch andere Musiker, wer sind die Jive Boys? Ja, da haben wir den jüngsten von uns am Piano, der Nico. Der ist 19 Jahre. Nachher der Kontrabassist ist der Pat, der ist 20 Jahre. Ich bin 21, ich bin Sänger und mache Stehenschlagzeuge. Und der Gitarrist ist 22, er spielt alles. Wie gesagt. Wir werden nachher noch weitergesprächeln miteinander. Und wir schauen uns und hören uns natürlich auch zuerst die Nummern an von den Jive Boys. Wir haben diese Nummern schon bereits vorgeproduziert im Studio. Das wäre da ein bisschen zu kompliziert. It's Rockabilly Time, heisst es mit den Jive Boys. Das war's. 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 warriors the ShietnsOUm Mehrseite Italy auf Sie. Das war's. Das ist galt. Eins der Sahne von перáclaren deja I say hey tonight we're to rock Rock, Rock ability Rock ability Hey rock, Rock Rock ability Rock ability I say rock, rock, rock Rock ability, rock ability, rock ability Musik 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 Bis zum nächsten Mal.